Die Volume Sentiments Long. Dieser Indikator spürt bullische Volumenaktivität auf Basis der Analyse des Volumens einer Periode, der Preisspanne eines Bars und dem Close des Bars auf. Wenn ein Signal auftritt, wird die jeweilige Kerze spezifisch eingefärbt. Es wird nach folgenden drei Signalen gescreent. Selling Climax – Dunkelgrün, Demand Coming In – Limettengrün, Backholding – Hellgrün. Die genauen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eines dieser Signale auftritt, können Sie in der Dokumentation des Volumen-Packages unter dem Punkt 4.11 nachlesen. Die Farben für die Anzeige des jeweiligen Signals können Sie unter Visual ändern. Ein auftretendes Volumen-Long-Sentiment ist ein Indiz dafür, dass viele Käufe im Markt präsent sind und der Markt stärker aufweist. Sie können prinzipiell schon beim Auftreten eines Long-Sentiments einen Trader öffnen. Wir empfehlen aber für den Einstieg auf das Signal einer der Long-Volumen-Conditions zu warten. Die Volumen-Sentiments bieten die Grundlage für die Berechnung der Volumen-Conditions, die im Volumen-Packet enthalten sind.